Angewandte Verwirrung an den Märkten, das ist der Blick hier auf den Nasdaq im 5-Minuten-Chart. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir schauen uns mal an, wie die aktuelle Situation aussah und was wir daraus wohl eher für die nahe Zukunft ableiten können oder eben auch nicht. Also, was wir auf jeden Fall mal sehen ist, dass der Markt sehr, sehr sprunghaft und unerhaltlich unterwegs ist. Ihr seht das, also so richtig schlau wird man daraus nicht. Das ist noch die Skizze, die ich gestern mal eingezeichnet hatte. Ihr seht, also das geht durchaus, dass man ungefähr erahnen kann, wo Drehpunkte typisch sind. Das heißt ja nicht, dass es immer so ist, beziehungsweise wir hatten ja noch nicht mal festgelegt, dass er zwangsweise da unten dreht. Wir haben nur gesagt, hier wird wieder neu geguckt, ob gedreht wird. Nämlich, wenn wir so eine Situation hier haben und dann hier nach unten. So, und jetzt? Eigentlich bin ich davon ausgegangen. Jetzt gehen wir das mal durch, dann haben wir gleich ein bisschen Lehrbuchcharakter mit dabei. Das heißt, wenn der Kurs jetzt hier tatsächlich sich nach oben entwickelt, dann gehen wir ja eher und eigentlich davon aus, dass der Markt das, was wir hier haben, nach oben nochmal fortsetzt. Wir sehen allerdings auch, dass er das hier, man sieht das hier, in einer sehr, sehr korrektiven Art und Weise vorgenommen hat. Warum korrektiv? Gucken wir uns das mal an. Wir hatten eine Aufwärtsbewegung von dem Tief bis dahin, aber es ist runtergegangen, es ist runtergegangen, der ist tiefer als der, es ist wieder runtergegangen, der ist tiefer als der. Hier vorne auch schon mal einmal runtergegangen. Das heißt, diese gesamte Aufwärtsbewegung, ja, geht aufwärts. Man musste nicht unbedingt hier long getriggert werden, denn es ist korrektiv nach oben. Und wir wissen, korrektiv ist ja nicht die eigentliche Haupttrendrichtung. Die sollte ja impulsiv sein, das heißt, wenn es Rücksetzer gibt, möglichst voneinander entfernt. So, das ist jetzt nun Geschichte, das ist vorbei, das ist also offensichtlich korrektiv. Und dann hat der Markt was gemacht, er ist nochmal einmal nach unten gegangen. Das sieht sehr verwirrend aus und tatsächlich verleitet sowas natürlich dann häufig zu Fehleinschätzung oder eben zu einem Fehltrade. Wie gesagt, hier musste man jetzt nicht zwangsweise vielleicht long gehen, wenn man rechtzeitig erkannt hat, dass das korrektiv ist durch diese vielen Überschneidungen. Also insofern war das jetzt hier eigentlich kein schöner Trigger, hier an der Stelle dann nochmal die long Seite zu gehen. Da war vorher vielleicht noch einer, der will ich nicht drauf eingehen, den zeige ich euch gleich an anderer Stelle nochmal. Aber trotz alledem, das ist korrektiv. Und jetzt haben wir folgende Situation. Wir wissen ja immer, so dreiwellig ist ja so gerne korrektiv. Das heißt, wir sind hier korrektiv. Hier haben wir jetzt gesagt, das ist halt irgendwie vielfach wackelnd, also auch korrektiv. Und jetzt? Hier hinten sind wir jetzt wieder stark nach unten gelaufen. Und da gibt es eine Form, die eben sehr impulsiv nach unten läuft sozusagen. Oder eben auch vielleicht nur dreiwellig. Was aber insgesamt ebenfalls noch eine Korrektur ist, sodass wir sagen können, dieses gesamte Verlaufsverhalten von hier bis irgendwo hier, hier wissen wir ja noch nicht, ob das Ende jetzt hier ist, das ist noch fraglich. Das wäre ein nicht untypisches Korrektivmuster. In dem Fall, wir nennen das D3, Double Sideways. Das ist jetzt Fachwissen, muss man nicht auswendig wissen. Nennt es wie ihr wollt. Entscheidend ist nur, dass das eher korrektiv ist. Und das passt ja immer noch in den Rhythmus. Naja, das war aber nicht so sehr korrektiv. Das heißt, obwohl wir jetzt hier, hier in diesem Moment noch nicht wirklich dynamisch nach oben gegangen sind, obwohl wir insgesamt ja eher noch korrektiv nach unten gegangen sind. Ja, aber wenn doch korrektiv von hier bis irgendwo hier korrektiv ist, dann haben wir doch eine realistische Chance, dass der Markt als nächstes irgendwann mal wieder stark nach oben geht und dann die Hauptbewegungsrichtung nach oben sich dann durchsetzt. Ob das jetzt sofort schon der Fall ist, im Moment zweifle ich noch ein bisschen daran. Denn wenn wir uns das hier wieder angucken, auch hier wieder, ist das schon mit Überschneidung? Eigentlich ja. Also wir sehen, der Markt hat noch nicht so richtig Lust. Ich sehe eine Chance, dass der Markt sich nach oben entfernt aus dem Gedanken, das war die erste Bewegung, das war diese Seitwärtskorrektur, die wir eben angezeichnet hatten. Und früher oder später, vielleicht geht da noch mal einen tiefer, aber anschließend dann die Aufwärtsbewegung da noch mal stark nach oben. Das halte ich für absolut typisch, für absolut gangbar. Da würde ich überhaupt nicht sagen, dass mich das wundert würde. Sollen wir also long gehen? Im Moment, wie gesagt, ich nicht. Warum nicht? Weil in diesem Kringel, seht ihr, ist das mit Kursüberschneidung. Auch hier, seht ihr, es ist so ähnlich wie hier, nur auf einer Stufe kleiner. Ihr seht hier Rücksetzer, Rücksetzer. Der ist vielleicht überlappungsfrei, aber der ist wieder tiefer als der. Es sind jetzt so viele Rücksetzer. Das heißt, aufwärts, ja. Meine Erwartungshaltung ist, wir haben eine Chance für nach oben. Ich möchte dann aber sehen, dass er vielleicht von einem tieferen Punkt mit einer steilen Bewegung anfängt. Dann guck mal, hier vorne hat es noch auffunktioniert. Und dann die nächste korrektiv nach unten ist. Im Moment ist es aber irgendwie immer noch korrektiv nach oben, sodass ich noch kein gutes Gefühl für diesen Moment habe. Für den Nachmittag allerdings habe ich eine Aufgabe, nämlich zu gucken, ob wir von einem Tiefpunkt ausgehend, weil wir wollen ja nach oben, also muss ich von Tiefpunkten ausgehend, gucken, dass es dann impulsiv ist und eben nicht so eine komische Geschichte, wie wir sie da haben. Also möglichst überlappungsfrei nach oben und dann eben wackelig nach unten. Solange das nicht der Fall ist, ist man sogar eher nochmal gewogen auf der Short-Seite. Also je wackeliger das hier mit Überschneidung ist, und im Moment ist es das, ist es eher noch die Fortsetzung nach unten. Schauen wir uns das Ganze mal im Parallelfeld an. Hier, was macht der S&P 500? Gucken wir mal ruhig auch hier im 5-Minuten-Chart. Das übergeordnete Bild müssen wir jetzt nicht unbedingt angucken. Wir haben ja einen schönen Startpunkt für eine Bewegung. Ihr seht die Abwärtsbewegung da. Und hier hat irgendwas Neues begonnen. Das war zeitweilig nach oben. Auch hier haben wir so mehr oder weniger mit diesen vielen Überschneidungen. Das sieht irgendwie alles korrektiv aus, was wir da jetzt haben. Und hier ebenfalls das. Und der S&P gefällt mir fast schon am besten oder besser als der andere. Aber auch hier, wenn wir ehrlich sind, das war der tiefste Punkt beim S&P Future zumindest. Weil ich weiß, einige Anbieter bei CFDs, da kann das gleich hoch oder vielleicht sogar eine Kleinigkeit tiefer sein. Das lässt die Vermutung, ist das schon wieder mit Überschneidung hier? Also so richtig warm werde ich mit dem Gedanken nicht. Und auf mich kommt es nicht dabei an. Es kommt darauf an, was sagen die anderen Marktteilnehmer. Und die anderen Marktteilnehmer sind ebenfalls nicht überzeugt. Wenn sie von Bullish überzeugt wären, sähe dieses Teilstück eher so aus. Also überlappungsfrei, dass dieses Tief nicht mehr überschneidet. Hier haben wir das aber nicht der Fall. Das ist kein gutes Zeichen. Also, ich bin latent Bullish. Warum? Weil der letzte starke Move eher nach oben war. Ich bin mir hier über dieses Gekraute noch nicht so ganz im Klaren, würde aber eher das Korrektiv einschätzen. Aber um wirklich zu kaufen jetzt wieder, brauche ich eine starke Bewegungsrichtung, gefolgt von einer schwachen Bewegungsrichtung nach oben. Und nicht eine starke, die wieder überschneidet und dann sogar steil nach unten geht. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gut, der Dow Jones, sehr unübersichtlich. Bei Dow Jones, wenn ich mir den im 5-Minuten-Chart angucke, habe ich fast sogar den Eindruck, ist das ein 3-Weller hier? Weil der so viel höher ist. Bei den anderen beiden konnte man das noch, ich zeichne es nochmal daneben, da konnte man noch sagen, das könnte so eine Seitwärtskorrektur. Da darf der ruhig ein bisschen höher sein. Nur je höher der hier ist, desto weniger ist dieses Seitwärtskorrekturbild passend. Und der ist ja fast schon genauso lang wie der hier vorne. Also insofern hat man eher nicht den Eindruck, das ist eher ein 3-Weller. Ihr seht, dass der Dow Jones, das ist ja auch im übergeordneten Bild, nicht das gleiche Spiel zu spielen scheint, wie das, was wir beim S&P und Nasdaq haben, mehr oder weniger. Also die Bewegungen scheinen so ein bisschen abweichend davon zu verlaufen. Naja, lassen wir das mal so im Raum stehen. Wir sehen es hier im 5-Minuten-Chart zumindest mal die letzte Abwärtsbewegung. Und jetzt im 5-Minuten-Chart zumindest mal eine relativ steile Aufwärtsbewegung. Das heißt, auch hier ist die Entscheidung noch nicht endgültig gefallen. Wer es richtig schön haben will, was ist wieder das? Auch wieder mit so komischen Überschneidungen. Also ihr seht, ich bin noch sehr zerrissen. Im Zweifelsfall mache ich in so einer Situation gar nichts. Was mich verleiten würde, ist, wenn dieser Anstieg, der ist ja zumindest einigermaßen stark. Wenn der jetzt noch schwächer ist, also zum Beispiel so aussehen wird, dann kann man, wenn ich die beiden vergleiche, die Aufwärtsbewegung und nachher die Abwärtsbewegung, welche würdet ihr als stärker einschätzen? Also so wie ich es jetzt gezeichnet habe, sicherlich die Aufwärtsbewegung als die stärkere. Dann wäre ich schon eher gewogen zu sagen, na gut, dann gehe ich halt long, wenn er da drüber geht, weil zumindest das hier ist ja dann auch relativ realistisch. Also dass es vorne ist, ich habe es etwas zu lang gezeichnet, aber dann hinten nochmal. So habe ich wieder einen Orientierungspunkt. Glücklich macht mich das noch nicht, wenn ich das hier vorne so sehe, aber im Verhältnis zu den anderen Gewackeleien, die wir da teilweise hatten, beim Nasdaq beispielsweise, fände ich das noch okay. Okay, ja und jetzt hier einfach long gehen? Ich muss sagen, eigentlich würde man doch sagen, aber hier haben wir doch jetzt auch so eine A, B, C, jetzt mal Hand aufs Herz, würdest du da nicht auch long gehen? Nee, weil mir das nicht ganz geheuer ist mit diesen Kursüberschneidungen. Das ist ein Zeichen für, ja wir trauen dem Braten nicht. Zumal für diejenigen, die Impulse kennen, ein Impuls darf nicht die dritte Welle als kürzester haben. Jetzt messen wir mal ganz kurz, haben wir das hier? Ich weiß es gar nicht. Das ist die dritte Welle, jetzt gucken wir mal, die erste ist deutlich länger. Ja, und die fünfte, jetzt habe ich es falsch gezeichnet, der ist besonders blöd. Machen wir es gerade noch mal. Von dem bis da, das ist die dritte Welle, die angenommene. Die vierte würde ja hier starten oder da enden, das heißt die fünfte. Und dann seht ihr, wir sind gleich drüber. Das heißt, wenn es auch Millimeterarbeit ist, eigentlich ist in diesem Szenario, 1, 2, 3, 4, 5, wenn auch knapp, aber die dritte, die kürzeste ist, kein gutes Sein. Und noch überschneiden. Ich hätte Sorge, zumal diese Aufwärtsbewegung und die Abwärtsbewegung ähnlich steil gelaufen sind. Wir messen das immer so mit so einem Slope-Indikator, da können wir sehen, das ist die Steilheit nach oben, die gleiche Steilheit nach unten. Das heißt, wir sind nicht so ganz klar, ob das wirklich eine gute Aufwärtsimpulsbewegung ist. Wir sind nicht so ganz klar, doch, die sieht schon korrektiv aus. Also da würde man schon drauf kommen, dass das wohl eher eine Korrektur ist. Also tendenziell die Aufwärtsrichtung gefällt mir besser. Aber um mich zu triggern, um mir Spaß zu machen, dann wenigstens ein Dreiweller hier und dann kann ich da long gehen. Ich bin vielleicht zu pampelmuselig, vielleicht verpasse ich da zu viel. Aber der Grundtenor eher nach oben, wie wir gesehen haben bei den Amerikanern. Allerdings, ich würde mich nicht wundern, wenn es bei den anderen Indizes noch ein bisschen tiefer geht, bevor es losgeht. Bei dem bin ich mir noch nicht so sicher, vielleicht geht er auch direkt nach oben. Ja und der DAX? Ja, der DAX ist ebenfalls, guckt euch den mal an, hier in der Aufwärtsbewegung, DAX Future, das ist wackelig. Ganz klar korrektiv. Da würde ich sogar eher sagen, dass der DAX im Moment die Abwärtsseite nochmal spielen will. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Abwärtsbewegung insgesamt hier ja auch diese Gegenbewegung, jetzt diese, der ist wieder höher als das. Auf der anderen Seite die Aufwärtsbewegung, hier hat man einen starken Rücksetzer, hier jetzt wieder. Also offensichtlich, der Markt in beide Richtungen, nach oben und nach unten, eigentlich egal welche Indizes man sich anguckt, in einem Verwirrungsmodus und mit einer schwachen Aussagekraft. Wer zart beseitet ist und Fehlversuche extrem meiden will, der sollte in diesem Umfeld sagen, ja gut, dann macht halt euren Mist alleine, ich warte das mal ab, bis er sich da wieder fängt. Wer ein bisschen aktiver vorgeht und sagt, naja, dann habe ich halt Minustrade zwischendurch, der kann natürlich gucken, ob er diese Korrekturen, ich mache es nochmal weg hier, ob diese Korrekturen, die wir hier haben, wenn die sich nach unten auflösen, in so einer Stelle, ob man dann eben vielleicht nochmal Short geht, finde ich jetzt ein bisschen weit weg. Eine bessere Alternative finde ich, wenn er in diesem Abwärtsarm jetzt irgendwann hier wackelig nach oben geht und dann hier die Short-Seite. Das ist jetzt für die aktiven Trader des Nachmittags beispielsweise. Ihr seht, Long kommt hier in meiner Überlegung erstmal nicht vor, es sei denn, wir gehen wieder tiefer. Dann hätten wir ja, nehmen wir mal, der Kurs macht sowas hier irgendwo, in welcher Form auch immer, dann hätten wir wieder einen guten Ausgangspunkt für steil hoch, wackelig runter und wieder einen guten Einstieg für die Long-Seite. Ja, mehr kann ich im Moment nicht sagen, ich weiß, einige sind jetzt enttäuscht und sagen sich, oh, ich hätte es gerne ganz konkret, ich auch. Geht mir genauso, aber ich muss das machen, was der Markt macht oder aber, wenn ich sage, ich sehe es einfach nicht gut genug, eben nichts. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr nicht nichts tun müsst, sondern genau das, was für euch das Richtige ist. Dafür wünsche ich euch die richtige Entscheidungskraft und drücke euch die Daumen bis zum nächsten Beitrag. Ciao, ciao.